Hi, na, schön, dass du da bist. Wir beginnen das heutige Abenteuer mit mir altem Schreckklappen, der sich erstmal gepflegt vor seinem eigenen Rüstungsständer erschreckt. Und sich dann um den lieben Kelvin hier kümmert. Ich meine, ich würde mich auch schämen, wenn meine Eltern das Thema wechseln würden, sobald man nach mir fragt, aber das scheint hier gar nicht das Problem zu sein. Das Problem bei so Open Insel Spielen wie Sons of the Forests ist, sind die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Unentschlossen wie ein Chameleon in einer Skittelsfabrik schwankte ich hin und her zwischen Hüttenbau und einer Expedition in die Ungewissheit. Also fragte ich die Personifikation des intellektuellen Holzweges nach Rat und entschied mich letztendlich dazu, ein wenig auf der Insel herumzulatschen. Beim Fröhlichen der Hergurken stolperte ich über ein kleines Zeltlager und nachdem ich dieses in bester Staubsaugermanier leergesaugt und die moderne Kunst der Ureinwohner bestaunt hatte, fand ich einen alten Freund. Den Knight V. Was wohl dafür steht, dass man damit wie frisch aus dem Zirkus ausgebrochen und von Zeus höchstpersönlich vom Blitz getroffen über die Insel pesen kann. Was wohl dafür steht, dass man damit wie frisch aus dem Blitz getroffen hat.